Die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Februar 2015 bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung befindet sich in Regensburg-Westenviertel. Das im Jahr 1996 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 32 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 395 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Ausstattung. Die Ausstattung. Die Ausstattung. Die Ausstattung. Bis zum nächsten Mal.